Wenn man einmal die Buchungstechnisch verstanden hat, dann muss man natürlich auch den Politikern heute eine Route ins Fenster stellen. Denn es ist unerträglich, wenn sie verlangen, Steuergeld zur Bankenrettung zu verwenden. Das ist bitte wirklich ein Verbrechen. Warum? Warum? Naja, es gibt heute schon das Institut, die Einrichtung des sogenannten Dead Equity Swap. Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Bankkredit hat und den nicht bedienen kann, der Unternehmer hat aber gute Zukunftschancen, der kriegt in ein, zwei Jahren große Aufträge und hat dann hohe Gewinne, dann kann er unter Umständen den Banker dazu bewegen, diese Verbindlichkeit in eine Beteiligung umzuwandeln. Der Banker sagt, okay, ich halte ein, zwei Jahre still, bis du den Auftrag kriegst und krieg dann als mitbeteiligter Unternehmer eine höhere Gewinnbeteiligung, also mehr als Gewinneinteil, als ich in der Zwischenzeit an Bankzinsen verdienen würde und du überlebst. Ich brauche dich nicht in den Konkurs schicken, weil du deinen Kredit nicht zahlen kannst. Das ist dann für alle eine Gewinn-Winn-Situation. Der Banker hat dann mehr und der Unternehmer auch. Und wenn wir jetzt wissen, dass das gesamte Giralgeld, alle Girokonten der Bank, Fremdkapital der Bank sind, also eine Verbindlichkeit der Bank, dann können wir natürlich durch eine einfache Gesetzesregel sofort den Banken erlauben, dieses Fremdkapital in Eigenkapital umzubuchen. Es wäre dann aber eine Staatsbeteiligung. Ein einfaches Gesetz, das besagt, alle Girokonten der Banken, die heute Fremdkapital sind, sind eine Staatsbeteiligung und damit für die Bank Eigenkapital. Damit entsteht ein unglaublich großer Puffer an Eigenkapital für die Banken und sie können dann auf der Gegenseite, auf der Aktivseite, ihre faulen Kreditforderungen in beliebiger Höhe abschreiben, ausbuchen als Aufwand, ohne dass ihr altes Eigenkapital bedroht wird. Weil das ja durch diese Umbuchung, den sogenannten Dead Equity Swap, also Fremd-Eigenkapital-Tausch auf Deutsch, erhöht wurde. Und durch den dann immer noch verbleibenden Staatsanteil an der Bank kann ich diese teilverstaatlichte Bank dann zum Beispiel auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder für andere Dinge für die Geldschöpfung mitverwenden. Und damit auf der Girokontenebene fürs breite Publikum das Geld dann nicht verschwindet, dass er sonst verschwinden würde beim Ausbuchen der Kredite, kann ich den entsprechenden umgebuchten Anteil auf den niedrigeren Rechnungskreisen in einen Vollgeldrechnungskreis auf Treuhandkonten überführen und damit bleibt auch die Geldmenge unverändert. Und es kommt nicht zu Deflation. Das ist eine ganz einfache Vorgangsweise, die technisch okay ist, die braucht nur fünf Zeilen in einem Bankenreformgesetz, dafür eine politische Mehrheit und ein Verständnis und jeder Staat auf jedem Punkt der Erde kann jederzeit sofort durch diese einfache gesetzliche Regel Banken in jedem betraglichen Ausmaß sofort retten, ohne auch nur einen Cent Steuergeld einzusetzen. астere114.0 NER1.2.0 Vielen Dank.